In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie mit Rätkontakten und Magneten unter einem Wagen automatische Ereignisse wie eine Blockstreckensteuerung auf Ihrer Modellbahnanlage realisieren. Was Sie dazu brauchen, ist ein Schaltkontakt und mindestens ein Fahrzeugmagnet zusammen. Dieser Schaltkontakt wird jetzt auf ein C-Gleis montiert. Dazu nehmen Sie einfach einen kleinen Bohrer und bohren zwei kleine Löcher für unser Kabel, das gleich hinter dem C-Gleis verschwinden soll. So soll das dann ungefähr aussehen. Der Rätkontakt wird jetzt noch mit einer kleinen Schraube durch das angebrachte Befestigungsloch am C-Gleis festgeschraubt. Die beiden Seiten der Kabel verbinden Sie nun einmal mit dem Null des Gleises, hier an der Seite. Das wird quasi unsere Phase. Und die andere Seite des Kabels, die verbinden Sie jetzt mit einem S88-Decoder, einem Rückmeldedecoder, den Sie direkt in Ihrer Central Station 3 anlegen können. Jetzt sind Sie soweit, Ihren Schaltkontakt in der CS3 anzulegen. In diesem Fall klicken Sie auf Artikel anlegen und wählen einen neuen S88-Artikel. Jetzt können wir hier den Kontakt anlegen und sagen, es handelt sich dabei um einen S88-Rätkontakt. Als nächstes müssen Sie nur noch einen dieser Gleismagneten nehmen und den jetzt unterhalb eines Wagens befestigen. Achten Sie vor dem Festkleben auf die Polarität des Magneten. Ist dieser falsch gedreht, löst er den Rätkontakt nicht mehr aus. Achten Sie also vor dem Festkleben auf die richtige Ausrichtung. In diesem Fall wird der Magnet jetzt den Kontakt auslösen, sobald die Achse über den Rätkontakt drüber fährt. Wenn Sie mit längeren Zügen fahren, ist es sinnvoll, diesen Magnet unter den letzten Wagen zu kleben. Wenn Sie nur mit Lokomotiven fahren, können Sie den Magnet auch direkt unter die Lokomotive kleben. Sollte ein Magnet manchmal zu schwach sein, können Sie natürlich auch zwei Magneten nebeneinander unter den Wagen kleben. Damit lassen sich natürlich jetzt wunderschöne Steuerungen realisieren, wie zum Beispiel das automatische Schalten einer Weiche oder eines Signals, sobald ein Wagen mit diesem Magnet ein Gleis passiert hat. Als Alternative zu einem Rätkontakt oder Schaltkontakten gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Märklin Schaltgleis, bei dem der Schleifer, der Lok, den Kontakt auslöst, oder ein Kontaktgleis, das sich vor allem für längere Gleisabschnitte eignet, wie zum Beispiel das Besetztmelden eines Bahnhofs. Wie Sie diese Gleise anschließen und Ereignisse planen, erklären wir Ihnen in weiteren Erklärvideos.